Kann man, der... Nein, wir rasten jetzt nochmal da oben. Naja, eigentlich, vielleicht ist er noch ein dritter irgendwo. So, Punkt 1. So, da sind wir, da rasten wir. Hm, vielleicht müssen wir auch einfach wieder nur warten. Warten wir einfach mal. Vielleicht habe ich mir jetzt nur etwas eingebildet, aber ich denke, da war was. Na gut, dann gehen wir jetzt nach unten. Muss ich wieder tausendmal auf die Karte schauen, um ja den richtigen Weg zu erwischen. So, da. Ja, doch, da war er. Ah, jedes Mal diese Sackgasse hier. Oh. Da geht's auch nicht weiter. Ah, das ist auf der Karte nicht angezeichnet. Ich sollte Gebrauch von Notizen machen. Und jetzt schauen wir dich an. Hm. Ich höre auch nichts. Also, keine Ahnung, was das Spiel von mir will. Irgendwer wird's mir hoffentlich schon schreiben. Also, da baue ich auf euch. Jetzt habe ich alles gemacht, was ich mir vorstellen kann. Wahrscheinlich habe ich nur so eine Kleinigkeit falsch. Und das sorgt jetzt für die Verwirrung. Naja, dann. Nein. Noch nicht. Da ist ein solcher Schlüssel. Ich möchte erst da rein. in die Kammer der Öl. Äh, Kammer der Schluchten. Wieder Knöpfe. Naja. Gespeichert. Geronimo! Ah, shit. Hallo, Phalanx. Ah, wo seid ihr? Die sollten ja eigentlich auch alle kein Problem mehr sein. Nicht, nicht ein... Oh, scheiße. Weg hier. Nicht einkreisen lassen, nach Möglichkeit. Vor allem nicht von den Vieren. Ja. Na, guck, da haben wir den wieder. Einer weg. So, zwei weg. Fehlen nur noch die ganz gefährlichen. So, da sind welche weg. Uh. Der war ja mal heftig. Okay. Das lief ja. Essen. Wer hat denn... Na, komm. Nimm mal. Omnomnom. Vielen Dank für... Willst du keine... Ah, neue Pfeile. Wer hat denn die ganzen... Du, oder? Wir hatten doch jede Menge Pfeile. Frostpfeile. Ich dachte, davon hatten wir ein paar. So, von dem Zeug brauchen wir nicht mehr viel. Hier haben wir... Wieder diese Tethered Cloak. Die braucht aber kein Mensch mehr eigentlich. Nö. Hm. Ich dachte, wir haben mehr, aber... Jetzt probieren wir mal ein was. Wir haben einen Giftpfeil. Ich schieße jetzt mal einen Giftpfeil. Der kommt wieder zurück. Cool. Dann haben wir jetzt... Ja. Giftpfeile. Vielleicht sind die effektiver. Was heißt vielleicht? Die müssten eigentlich ziemlich sicher effektiver sein. Ah, das mit dem Ding ärgert mich mit dem... Rätsel jetzt. Kann man leider nicht stacken... Essen. Ah, futter du mal. So, dann suchen wir wieder alles ein bisschen nach. Oh, die hat Hunger. Die hat Hunger. Suchen wir alles wieder langsam nach Knöpfen ab. Ist da oben was? Ne. So haben wir einen besseren Überblick. Leider nirgends. Nein. Okay. Da ist eine Treppe. Bin mal gespannt. Okay. Oh. Oh. Interessant. Oh, ist das wieder was zu essen? Vermutlich. Consumable Item. Jawohl. Ah, ein Kurzbogen. Hatten wir schon, oder? Also das, was wir hier haben, ist ein Kurzbogen. Ups. So. Shortbow. Shortbow. Wir könnten jetzt noch jemandem einen geben, aber... Nein. Echt nicht. Okay. Dann haben wir hier was. Okay. Das führt uns wieder hier hin. In Ordnung. Hier muss aber noch was sein. Weil wir da oben dann da hinkommen. Irgendwo hier muss etwas sein. Schade. 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 Ja, wirklich schade. Jetzt hätte ich gehofft, ne? Ach, das... Hä? Aha. Sag nicht, da sind... Was hat das gemacht? Also wir brauchen hier ohnehin zwei Schlüssel. Einmal hier und einmal drinnen. Hm. Hm. Nein. Hilft uns nicht weiter. Na gut dann. Probieren wir es mal. Schmerzhaft. Gehen wir mal ein paar davon. Ah, meine... Meine Stimme. Jetzt vielleicht hoffentlich besser. Übersteuert nämlich schon ziemlich stark. So, ganz links. Nicht. Hier. Nicht. Ah, weißt du was? Machen wir das so. Hier. Nein. Und hier. Auch nicht. Okay. Unsichtbar ist es also nicht. Also, na ihr wisst was ich meine. Huh. Jetzt war ich zu langsam. Okay. Ich schaue nur gerade. Okay. Okay, er geht einmal im Kreis. Und dann so. Okay. Ich habe auch den Geheimknopf gesehen. Den können wir vielleicht nochmal gleich drücken. Ah, Mist. Später vielleicht. Wir kommen ohnehin nochmal hierher. Hallo? Ah. Man kann es nochmal einschalten anscheinend. In Ordnung. Ach, und rückwärts. Ach, das ändert dann die. Aha. Machen wir dann gleich nochmal so. Ärgerlich. Ich will aber jetzt diesen Knopf drücken. Ich habe es verstanden. Ein schönes Rätsel. Ah, falsch rum. So. Ich habe auch gesehen, wo es aufgemacht hat. So. Race of Fortitude. Schauen wir erstmal, was das bringt. Wow. Ah. Dann müssen wir mehr essen. Regenerieren unsere... unseren Hunger aber schneller. Das ist natürlich interessant. Machen wir das so. Weil wenn er hier noch schneller essen muss, dann sind wir verloren. Okay. Oh, cool. Dann müssen wir gar nicht runterspringen. Wann geht es auf? Komm her. Jetzt. 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 Nein, doch. Das war cool. Das muss ich zugeben. Das hat mir gefallen. Keine Krabben. Bitte keine Krabben. Natürlich Krabben. Wie viele? Erstmal eine. Komm mal her. Komm. Ja, was jetzt? Au. Ich muss mal den hier wegtun. Der stirbt mir nicht weg. Ah. 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 Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir noch machen müssen, aber... Nein, die Giftpfeile sind anscheinend... Okay. Giftpfeile kommen nicht wieder. Also ich wollte jetzt eigentlich eh neu laden, aber... Schauen wir mal, ob wir hier überhaupt weiterkommen. Mehr als den einen Schlüssel werden wir nicht holen. Ah, ich hab's für dich. Okay, Kleinvieh, wen... Boah. Mächtig großer Fehler. Nee, okay. Die erste Krabbe muss sterben. Da rasten wir erstmal. So. Ähm... Tauschen. So. Halt. Nee, da ist noch nichts. So. Ganz vorsichtig. Immer, immer aufpassen, wohin er läuft. So. Wohin läuft er? Huh. Okay. Einmal speichern. Rasten wir nochmal schnell. Wir brauchen unser volles Mana nach Möglichkeit. Huh. Ja doch, das Spiel ist schwierig. Wir sind jetzt in Level 5, ne? Und wie hat man mal gesagt, 13 Etagen. Wir können mal kurz, ähm, Escape. Statistics. Zwischendurch. Fünf Stunden haben wir gespielt. Mh... Ja. Das andere ist jetzt erstmal weniger wichtig. Aber fünf Stunden haben wir gespielt und wir haben noch nicht mal die Hälfte des Spiels gesehen. Doch, relativ groß. Muss ich sagen. Ne, das macht nichts. Hätte ja sein können. Okay. Kleinvieh zuerst töten. Wohin? Dahin. Komm. So, einer weg. Die Krabbe.